2. Januar 2015 Eine geheime Notiz des Pentagon wurde abgefangen. Alle künftigen Invasionen werden ausgeführt von nur einem einzigen Mann. USA! Yeah! Keine Kriegsopfer mehr, kein Kriegstrauma mehr, keine Kriegsgefangenen mehr. Unglaublich. Ist das die große große Penis-Kompetition? Ich liebe das. Ich würde Ketchup auf alles haben. Michael Moore, denn wir haben Probleme, die keine Armee lösen kann. Ich will tell you from my own personal life, abstinence works. Das ist was American children eat for lunch. Papa, essen wir in ein Restaurant heute Abend? Ja, Papa. Es gibt keine Armee. Es ist gut. 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 Alles, was sie erbaut haben, wird zusammenbrechen. Und aus der Asche ihrer Welt werden wir eine bessere erbauen. Ich würde mich sagen. Es freue mich. Es ist gut.